Ab dem 2. August gilt die EU-Offenlegungsverordnung und das bedeutet, Sie müssen das Thema Nachhaltigkeit in Ihrem Beratungsprozess einordnen. Und um das, was bedeutet das für den Prozess, was bedeutet das für die Beratung, was bedeutet das für unsere Produkte, habe ich spannende Gäste hier und ich begrüße hier zu Gast Claudia Flüß, Leiterin der Produktpositionierung bei uns bei der AXA, auch gerade wirklich zuständig für dieses Thema natürlich. Genauso Andreas Käferstein, auch Mitarbeiter der Abteilung Produktpositionierung und David Schröder, herzlich willkommen. Du kommst aus dem Investment Office und bist beim Stefan Rüb, der gerade noch in Paris-Wald oder in der Zwischenzeit wieder zurück ist. Ganz genau. Herzlich willkommen. Claudia, ich fange mal an mit der ersten Frage. Es ändert sich ja jetzt einiges ab dem 2. August. Was kommt da auf uns zu, gerade in der Beratung auf die Vermittler? Ja, Klaus, das ist sicherlich eine Frage, die im Moment wirklich viele Menschen in der Versicherungsbranche, in der gesamten Finanzdienstleistungsbranche beschäftigt. Die EU bringt im Moment schrittweise eigentlich ein ganzes Paket an regulatorischen Maßnahmen auf den Weg, um letzten Endes die Finanzierung nachhaltigen Wachstums zu fördern. Also das heißt, Finanzströme in nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten umzulenken. Für das Angebot und für die Beratung von Vorsorgeprodukten sind hier maßgeblich eigentlich drei Richtlinien relevant. Das ist die Offenlegungsverordnung, das ist die Taxonomieverordnung und das ist die Ergänzung der IDD-Vermittlerrichtlinie. Ganz konkret geht es jetzt natürlich bei der Beratung dann um die IDD-Vermittlerrichtlinie. Hier geht es konkret ab Mitte dieses Jahres darum, den Kunden neben den Anlagezielen, neben seinen Risikoneigungen und neben seiner Verlusttragfähigkeit eben auch zu den Präferenzen im Sinne Nachhaltigkeit seiner Kapitalanlage zu befragen. Das heißt konkret mit ihm darüber zu sprechen, ob es ihm wichtig ist, dass die Kapitalanlage in seinem Versicherungsanlageprodukt nachhaltig ist und wenn dem der Fall ist, mit ihm über seine Präferenzen zu sprechen. Dies wird ganz konkret jetzt Mitte dieses Jahres der Fall sein. Sicherlich wird es am Anfang noch Probleme geben, alle Informationen zu den Fonds diesbezüglich liefern zu können. Aber das bedeutet ja auch, dass der Berater dann eigentlich immer wissen muss, je nachdem wie die Antwort vom Kunden ist, ob jetzt ein Produkt nachhaltig ist oder nicht, oder? Ja, ganz genau. Und an dieser Stelle kommen eigentlich die beiden anderen Richtlinien ins Spiel. Das ist zum einen die Offenlegungsverordnung, die ich eben schon genannt hatte. Hier sind die Anbieter von Finanzprodukten, eben wie der Name schon sagt, verpflichtet offen zu legen, inwiefern Nachhaltigkeitsrisiken in der Kapitalanlagestrategie berücksichtigt werden. Und dabei wird je nach Intensität nach drei unterschiedlichen Kategorien unterschieden. Neu kommt jetzt die Taxonomieverordnung ins Spiel. Hier wird letztendlich ein gesamtes System, ein Bewertungssystem aufgebaut mit dem Ziel, Wirtschaftsaktivitäten hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit bewerten zu können. Das heißt, es werden Kriterien aufgebaut, Grenzwerte, nach denen Wirtschaftsaktivitäten gemessen werden, wie zum Beispiel CO2-Ausstoß, die sie dann erfüllen müssen. Es gibt verschiedene Ziele, die sich die EU-Taxonomieverordnung setzt. Sicherlich verständlich ist, dass im Moment der Fokus auf den Umweltzielen liegt. Soziales und Unternehmensführung sind erstmal ein Stückchen weit zurückgestellt worden. Wichtig ist, dass von den sechs Umweltzielen, die die Taxonomieverordnung definieren möchte, bisher zwei Umweltziele konkret mit Messwerten versehen sind. Das heißt, und das ist wichtig, auch in der Beratung und für uns alle zu berücksichtigen, wenn wir von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der Taxonomieverordnung sprechen, dann fällt darunter bisher ein relativ geringer Teil aller Wirtschaftsaktivitäten. Das heißt, die große Masse an Wirtschaftsaktivität, die sich teilweise heute auch bereits in der Transformation befinden, sind davon noch nicht erfasst. Vielen Dank. Andreas, du bist auch Mitarbeiter deinem Produktmanagement und auch zuständig für uns für die Schnittstelle im Vertrieb. Und das, was Claudia sagt, macht es ja für einen Berater unheimlich schwer. Also erstmal das nachzuvollziehen, aber dann auch, na, wie ist ein Produkt? Also es gibt ja auch Produkte, klar, reine Fonds, es ist irgendwie einfacher. Es gibt aber auch Sicherungsvermögen, Entdeckungsstöcke, die wir haben. Was ist da aus deiner Sicht besonders wichtig, wenn es um die nachhaltige Gestaltung angeht von Produkten, die wir ja auch anbieten müssen? Ja, wenn man sich dem Thema Nachhaltigkeit jetzt erstmal widmet oder dem Ganzen nähert, dann stellt man erstmal fest, okay, es gibt da ja nicht wirklich richtig oder falsch. Das hatten wir heute eben auch schon ein paar Mal jetzt gehört. Es gibt nicht schwarz und weiß. Es gibt sehr, sehr viel Grau beim Thema Nachhaltigkeit. Und gerade dann, wenn eben sowas eben besteht, nicht so wirkliche Gewissheit, was ist denn das Thema? Wie kann ich mich dem Thema nähern? Dann ist es für mich immer ganz essentiell, wenn wir über Produkte nachdenken, dass wir dieses Thema, diese gesamte Story dann eben auch komplett nachhaltig zu Ende denken. Auch da taucht das Wort dann entsprechend nämlich auf. Wir müssen es bis zum Ende fertig denken. Und eben nicht nur eben mittendrin einfach aufhören. Und da möchte ich mal ein Beispiel rausnehmen. Du hast es jetzt auch schon gesagt, nämlich das Thema Sicherungsvermögen. Sicherungsvermögen, das muss man sich vor Augen führen. Das ist eben bei eigentlich jedem Produkt im Bereich Lebens- und Rentenversicherung spielt das eine Rolle. Und zwar nicht nur bei den Produkten, wo es dann eben immer direkt mit in Gedanken kommt, nämlich bei den Produkten mit Garantie, sondern eben auch ohne Garantie. Also rein fondsgebundene Produkte, nämlich dann, wenn der Kunde eben in die Rente geht oder den Rentenbezug dann entsprechend eben durchführt. Denn dann liegt das Geld zwangsläufig auch ein Stück weit eben im Sicherungsvermögen. Und da ist es dann eben wichtig, bei uns eben bei AXA auch sagen zu können, dass unser Sicherungsvermögen zum einen natürlich klar auch eine konstante und sehr, sehr gute laufende Überschussbeteiligung, also gute Rendite abwirft, aber eben auch das Thema Nachhaltigkeit begleitet. Und das können wir nur auch jetzt schon in diesem Jahr sagen, also im Jahr 2022, weil wir das halt schon seit 15 Jahren lang eben auch berücksichtigen. Ansonsten könnten wir das ja jetzt tatsächlich gar nicht, weil so schnell dreht man eben die Kapitalanlagen in so einem Sicherungsvermögen einfach schlichtweg nicht um. Und auch mal, um vielleicht eine kleine Hausnummer auch zu nennen, worüber reden wir dann eben beim Sicherungsvermögen oder Kapitalanlagen in Deutschland, bei der AXA Deutschland? Das sind nicht die Billionen, die wir gehört haben, aber es sind immerhin 90 Milliarden, also auch keine kleine Hausnummer dann eben an der Stelle. Wir treten als AXA, sowohl als AXA Deutschland, aber auch als AXA Gruppe, dann natürlich auch als Investor auf. Und Claudio hat es das auch gesagt, dass wir dann eben ja auch da Punkte daneben einbringen können, weil man kann nicht überall immer alles rein investieren. Und so viel gibt es da jetzt noch gar nicht an nachhaltigen Investments. Aber was man tun kann, ist eben auch tatsächlich eben, ja, ich möchte mal nennen, ein bisschen Einfluss nehmen tatsächlich. Also Unternehmen, ich meine, mein Bild vielleicht ein bisschen an die Hand nehmen, um sie vielleicht bei so einer Transformation hin auf einen Weg zu mehr Nachhaltigkeit dann eben auch zu führen, weil wir dann eben als Geldgeber, als Investor eben auch eine wichtige Rolle in den Unternehmen einfach dann entsprechend spielen und wir da aufgrund der Hausnummer eine wirkliche Größe daneben haben. Das finde ich wichtig, mal als Beispiel, sorry, wenn ich unterbreche, mal als BASF, als Beispiel, man kann ja BASF auf einmal nicht das Geld wegnehmen. Also natürlich sind sie heute nicht nachhaltig, aber sie wollen ihre Energie auf Wasserstoff umstellen. Man muss sie ja dazu bringen, das tun zu können. Also natürlich, wenn sie sagen, das sind nur Lippenbekenntnisse passiert nicht, dann auch die Konsequenzen ziehen. Aber man muss sie natürlich dahin unterstützen erst mal. Genau, absolut. Und das haben wir dann eben wirklich die Möglichkeit, dann eben auch die gewisse Kraft eben zu entfalten, weil wir eben ein großer Investor sind. Und ich möchte aber auch nicht nur darüber sprechen, sondern vielleicht auch mal das Sicherungsvermögen noch ganz kurz, weil du auch nach dem Produkt gefragt hattest, noch mal ganz kurz in den Produktkontext einordnen. Dann mal ganz konkret eben bei unserem Produkt mit Garantie, das ist ja bei uns die Relax-Rente, und die besteht eben zum einen aus dem Sicherungsvermögen. Dann natürlich ist eine Indexpolize, ist auch eine Indexbeteiligung dabei, gar keine Frage. Aber, und das ist eben am Markt eben auch tatsächlich soweit einzigartig, nämlich dass wir eine freie Investmentanlage noch dazu haben. Das heißt, dass wir dort eben Fondsanteil entsprechend noch mit dabei haben. Und das Produkt gibt es seit 2014. Und auf dem Weg dahin, ich meine, das ist jetzt auch schon im achten Jahr dann immerhin, tatsächlich dann eben schon, gab es natürlich auch Anpassungsnotwendigkeiten. Die Rahmenbedingungen haben sich geändert, wie zum Beispiel jetzt kürzlich, wo wir die Garantie halt auch dann eben auf 80 Prozent beispielsweise eben gesetzt haben, weil es auf die Marktgegebenheiten einfach das Optimum eben an der Stelle einfach darstellt. Aber das zeigt eben, dass wir eben auch flexibel auf die Produkte reagieren können, dass wir Anpassungen vornehmen. Genau. Du hast Stichwort gesagt, auch Fondsanteile. Es gibt ja auch heute viele, die sagen Nachhaltigkeit im Sinne von, ich habe einen grünen Fonds und gut ist. Lieber David, du bist ja auch bei uns tätig im Bereich Investmentoffice. Und was macht ihr zum Optimieren dieser Portfolios? Also ich bin mal selbstbewusst genug und sage, wir können das besser als, ich sage mal, ein rein deutsches Versicherungsunternehmen. Ja. Wieso? Die Frage liegt erstmal auf der Hand. Also vielen Dank dafür. Den Punkt hattest du gerade schon genannt. Wir haben globale Herausforderungen. Wir brauchen globale Lösungen. Aber wichtig ist doch, dass wir für den deutschen Markt wirklich individuelle und passgenaue Produkte maßschneidern können. Und das können wir, wie der Stefan Rüb dargestellt hat, das können wir in jedem Fall. Die Frage ist ja, was machen wir wirklich ganz konkret? Wie setzen wir das um? Wo, an welcher Stelle partizipieren unsere Kunden? Und dazu würde ich gerne mal einen Blick auf das Portfolio Zukunft werfen. Das Portfolio Zukunft ist ein klassisches Megatrend-Produkt. Versucht also, in Megatrends zu investieren und daran zu partizipieren. Jetzt stellt sich die Frage, was ist ein Megatrend? Spulen wir mal 30 Jahre zurück, dann könnte man sicherlich sagen, das Internet war ein Megatrend. Und ich höre noch heute den einen oder anderen sagen, ob sich das mal durchsetzt. Gibt es den Quatsch immer noch, sagt Thomas Hümsen. Und ja, den Quatsch gibt es noch mit allen Tücken. Und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige. Wir sind uns sicher, dass sich das Internet als Megatrend durchgesetzt hat. Aber man muss auch ganz klar sagen, es gab die Dotcom-Blase. Und da haben Menschen echt Geld verloren. Und da zeigt sich einfach, wie wichtig es ist, auch langfristige Trends durch einen Profi begleiten zu lassen. Und das können wir auf eine spezielle Art und Weise, wir können Sicherheit geben. Denn ich denke, genau in der Kombination mit der Relax-Rente, weil auch das Portfolio-Management als Sicherheit dem einen oder anderen Kunden gerade in Deutschland nicht hilft. Aber kannst du mal plastisch machen, so ein Beispiel, was wir machen können da? Ja, also man kann natürlich eine Ebene tiefer gucken und wirklich genau darauf schauen, welche Fondpositionen haben wir denn da drin. Und ich glaube, da lohnt sich ein Blick zu den Kollegen, zu Aktieninvestment-Managers, die eigene Fonds aufgelegt haben. Einen Green-Bond-Fond, wieder so ein Wort Neuschöpfung. Was ist das? Ganz klassische Unternehmensanleihen, um genau die nachhaltigen Wege von Unternehmen beeinflussen und auch positiv beeinflussen zu können. Und hier vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel herausgegriffen. Um einen Liter Limonade herzustellen, brauchen wir aktuell circa 1,2 Liter Wasser. Das geht auch mit 800 Milliliter Wasser. Klingt komisch, ist aber tatsächlich so. Und da ist natürlich deutlich, welchen Impact so etwas hat, wenn wir das durch gezielte Finanzströme positiv begleiten, um dann wirklich auch zu einem positiven Ergebnis für unsere Kunden zu kommen. Und deine Frage war ja sehr zielgerichtet, denn ein Megatrend kann natürlich erst mal alles sein. Und ich glaube, auch da ist die Versicherung im wahrsten Sinne des Wortes immens wichtig. Denn die Versicherung an der Stelle lautet ISG, Nachhaltigkeit. Wir passen natürlich auch darauf auf, dass wenn sich ein Produkt über Jahrzehnte in Teilen entwickelt, dass man dann wirklich sagt, wir brauchen eine Gewissheit, dass sich das nicht in die verkehrte Richtung entwickelt. Denn Rendite und Wertentwicklung ist nicht alles. Wir wollen alle noch in Jahrzehnten auf unserer Welt gut und glücklich leben. Und dazu ist einfach notwendig, dass wir Einfluss nehmen auf die eine oder auch auf die andere Art und Weise, wenn wir unser Geld fremden Vermögensverwaltern mit an die Hand geben sozusagen und auch diese nutzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Absolut. Claudia, wir haben jetzt gehört, Produktlösungen haben wir, aber jetzt haben wir diese IDD-Vermittlerrichtlinie. Wie setzen wir denn so etwas technisch um in diesem Baum, dass da auch etwas rauskommt? Ja, also technisch werden wir den ersten Umsetzungsschritt passend zum 2. August in unserer Beratungstechnologie umsetzen. Dort wird ganz wie gewohnt bisher in der Geeignetheitsprüfung eben halt zusätzlich werden Abfragen integriert werden zu den Nachhaltigkeitspräferenzen. Passend dazu gibt es dann eben auch eine Selektion der dahinterliegenden Fonds und der Produktempfehlungen. Uns muss allerdings klar sein, dass das im ersten Schritt noch nicht die finale Umsetzung sein wird, sondern dass wir hier sukzessive auch weiter in der Umsetzung vorangehen werden. Denn zum einen sind die regulatorischen Anforderungen noch nicht komplett final geklärt und zum anderen liegen uns aber auch noch nicht alle erforderlichen Daten vor, was einfach daran liegt, dass die Taxonomieverordnung und die anderen Verordnungen die Daten eigentlich erst ab Januar 23 sukzessive verlangen und wir sie aber hier als Information für die Finanzprodukte früher brauchen. Das heißt, das wird ein Stückchen weit ein Prozess sein. Wir werden die Informationen zu den Fonds natürlich umfassend zur Verfügung stellen, um hier die Beratung auch zu unterstützen. Wichtig ist tatsächlich, dass in der Beratung dem Kunden und dem Berater genügend passgenaue Lösungen zur Verfügung stehen und hier auch transparent gemacht wird, wie diese Lösungen auf das Thema Nachhaltigkeit einzahlen. Und das werden wir tun. Darüber hinaus ist natürlich auch insbesondere wichtig, dass nicht nur die Produkte und die dahinterliegenden Investmentlösungen auf das Thema Nachhaltigkeit einzahlen, sondern dass man auch Vertrauen haben kann in den Anbieter, der dahinter steht. Dass diesem Anbieter das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist und dass er sich selbst als Unternehmen auf dem Weg in Richtung Nachhaltigkeit befindet. Und das ist bei der AXA so. Der AXA ist das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig, das nicht nur in der nachhaltigen Kapitalanlage, sondern auch im Unternehmen als Ganzes. Und das wurde uns ja beispielsweise auch letztes Jahr durch das Zielke Rating mit einer Top-Bewertung bestätigt. Das stimmt. Da sind wir auch sehr stolz drauf und ist in meinen Augen auch wirklich ein Ausdruck, wie wir uns als Organisation selber als AXA da aufstellen. Aber du hast eben gesagt, es führt zu Irritationen. Es ist ja teilweise verrückt, wie die das jetzt gesetzlich einführen und in welchem Zeitplan. Wie nimmst du da die Stimmung im Vertrieb? Das führt auch zu Irritationen bei Vertriebsbehandlern, oder? Also das definitiv. Also was man grundsätzlich wahrnimmt, das finde ich erstmal sehr, sehr schön, ist, dass unheimlich große Offenheit für dieses Thema da ist. Das muss man auch tatsächlich erstmal festhalten. Also eine sehr, sehr große Offenheit dem Thema Nachhaltigkeit gegenüber. Aber was das Thema Regulatorik betrifft, das ist, glaube ich, schürt wirklich sehr, sehr viel Verunsicherung dann einfach. Weil wenn man dann auch hört, okay, wir wissen selber jetzt auch gerade noch nicht, was alles so von uns abverlangt wird, was man hinterher auch abprüfen muss. Das ist sicherlich Punkte, die spannend sind, weil in zwei Monaten soll das Ganze ja um die Bühne gehen. Und von daher führt das aktuell aus meiner Sicht wirklich zu großen eben Verunsicherungen dann eben an der Stelle. Und dann sind wir auch als Produktgeber gefragt, da ein Stück weit mit, ja, beiseite zu stehen und dass wir dann eben auch ein Stück weit die Beraterhaftung mit auf unsere Schultern laden, wenn wir uns mal so auszudrücken. Und das haben wir in der Form halt dann jetzt einfach gemacht, weil wir halt die Green Invest, neue Vorrente, auf den Markt gebracht haben. Und die Green Invest zeichnet eben aus, dass sie eben in ihrem Fondsuniversum ausschließlich Fonds eben Artikel 8 oder Artikel 9 entsprechend drin haben. Das heißt, alle Fonds sind nachhaltig. Und das ist jetzt auch das Wichtige, sind es nicht nur zu Beginn der Polizei, sondern eben auch im Bestand. Das heißt, wir tragen selber Sorge dafür. Wir haben ein Reporting und ein Monitoring und was wir auch immer alles dann eben alles in die Wege geleiten, damit diese Fonds auch entsprechend zu bleiben auf diesem Stand, damit es eben der Berater selber oder die Beraterin nicht leisten muss, dann eben sich darum auch noch zu kümmern. Das machen wir als Produktgeber dann eben an der Ecke. Und dann möchte ich noch einmal ganz kurz eben doch nochmal auf die Rentenphase kurz zurückkommen. Ich habe es eben schon mal einmal anklingen lassen. Das ist mir wirklich wichtig. Denn zum einen Thema Nachhaltigkeit, die Geschichte muss rund sein. Das heißt, auch die Rentenphase sollte eben nachhaltig ausgestaltet sein. Dazu gehört auf jeden Fall dann eben entsprechend ein nachhaltiges Sicherungsvermögen. Da gehört dann eben auch, wenn ich eben eine kapitalmarktnahe Rentenphase habe, auch eine entsprechend orientierte Kapitalmarktanlage. Das lösen wir über die Auszahlphase Performance bei AXA und das ist wirklich dann eben auch ein wichtiger Punkt. Denn wir sprechen bei einer Green Invest eben über eine Fondrente. Das heißt, über ein sehr kapitalmarktnahes Produkt. Und dann, ich sage immer, mir blutet das Herz, wenn ich dann immer dann sehe, jemand wird zwar 67, das ist ja erstmal kein Verbrechen. Denn er geht dann erstmal in seine Rentenphase rein und bekommt dann eben das Geld zurück, was er lange Zeit an uns vertrauensvoll gegeben hat. Und nur weil er eben das 67-Lebensherr überschritten hat, soll er letztlich nicht mehr kapitalmarktnah investiert sein. Das erschließt sich mir immer tatsächlich nicht. Deswegen ist mir das ganz wichtig, dass gerade bei diesen Produkten eben auch eine vernünftige Rentenphase hinten dran hängt. Und ja, das haben wir dann mit der Green Invest an der Stelle dann eben auch geschafft. David, kannst du auch nochmal ein Plädoyer halten für unsere Portfolio-Investments? Kannst du nochmal ein Beispiel nennen? Ja, ich glaube, ein extrem gutes Beispiel, was Portfolio-Management machen kann, ist das Portfolio-ETF. Jetzt werden vermutlich einige Zuschauer vor Dutz gucken und sich denken, wir haben Portfolio-Management, Portfolio-ETF, da kaufe ich doch lieber ein MSCI World und habe meine Ruhe. Das ist, glaube ich, auch ein sehr populärer Gedanke. Was können wir in einem Portfolio-Management mit ETFs darstellen? Wir haben die gleiche Kostenstruktur. Nikola erwähnte es in seinem Beitrag. Wir geben die Benefits an unsere Kunden weiter. Das heißt also, auf der Kostenseite vertut sich nichts. Aber wenn ich einen Blick auf den MSCI World werfe, dann habe ich natürlich eine Rückwärtsbetrachtung. Ich habe eine Marktkapitalisierung. Das heißt also, es gibt ja gewisse Regularien, wie dort Unternehmen reinkommen. Und dann bin ich wieder bei dir, Andreas. Über drei Jahrzehnte bin ich mir nicht sicher, ob sich da nicht vielleicht mal etwas verschiebt. Und genau da können wir Kunden helfen. Auch beim kostengünstigen oder effektiven Investieren, wenn man es von der Kostenseite sieht, geben wir unseren Kunden unsere Expertise, unsere Möglichkeiten, den Markt zu analysieren und bieten den Kunden mit dem Portfolio-ETF einen Ansatz, kostengünstig in die Märkte zu investieren, aber bei einer anderen Gewichtung, die dem Kunden helfen wird, Kapital aufzubauen, aber auch zusätzliche Sicherheit geben wird. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages das, was wir immer tun. Wir geben Sicherheit und das tun wir auch in unserem Portfolio-Management durch breite Streuung, durch aktives Management, durch passives Management. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, wir geben Sicherheit in all unseren Ansätzen und das zeigt sich in unseren Produkten und zeigt auch wieder, dass wir globale Probleme haben, globale Lösungen brauchen, aber es schaffen, in diesem Umfeld auch sicherheitsorientierte Produkte zu kreieren für den sehr sicherheitsorientierten deutschen Markt. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft und ein wichtiger Punkt. Perfekt. Das ist ja schon ein sehr gutes Schlusswort. Claudia, vielleicht noch eine abschließende Frage. Wenn jetzt, egal wie es passiert, wir haben ein Produktangebot, was der Berater, der Vertriebspartner auf jeden Fall guten Gewissens verkaufen kann. Ja, das haben wir. Wir haben die nachhaltige Kapitalanlage, die Investmentlösung in all unseren Produkten mit im Blick und haben da ein breites Angebot. Sehr gut. Sowohl mit der Relax-Rente als auch mit unserer Fondrente haben wir da definitiv ein gutes Angebot. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit und für eure Einsichten in dem Bereich. Ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit wird uns noch lange beschäftigen und wir werden vielleicht auch nicht zum letzten Mal zusammensitzen, um über das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen.